In unserer Region bewegt sich unsere Wettbewerbsmannschaft. Jährlich findet im Rufsaal der Große Musikpreis für Akkordien statt. Ein Wettbewerb, der sie den bedeutendsten in der Bundesrepublik zeigt. Lindartenwohle hat es dort in der Elementarstufe Platz 1 belegt. Außerdem erhint sie den Großen Musikpreis der Stadt Rufsaal. Ein Ausschnitt von ihr, ein von ihr dort gespieltes Stück, wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Hören Sie nun das Stück Eisballett von Hans Sander. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020